Hallöchen Leute herzlich willkommen wieder bei NEXTER LET'S PLAY und das bin ich heute nicht allein, bin heute mit Lukas. Lukas, sag mir mal wo wir sind. Also der Spielmodus heißt Lucky Race. Lucky Race in China ist ein neuer Mo... Oh da ist Jump-A-Rung! Ja? Ja, ich hab's schön gemütlich am Strand, ich hab's gegattert. Jo, ich zieh halt. Wahrscheinlich, ich kann da ein bisschen chillen, aber ab mir, toll. Fick dich. Okay, ich bin schon mein erstes Checkpoint. Ja! Fick dich. Ich hab für dich ein Diamantschwert. Was? Später müssen wir ja noch kämpfen oder was? Ja, natürlich am Schluss. Kommt dann der Endkampf. Ich hab sogar einen Dia-Helm. Ich bin erster. Da. LOL. Wie du bist. Wo bist du? Am Anfang. Am Anfang. Ich... Ey, ich... Ich kann nicht sowas wie Jump-A-Rung oder... Doch, ich liebe das. Ich muss wahrscheinlich lernen. Ich muss wahrscheinlich lernen, wie das läuft. Einmal springe zu Fall. Einmal... Nicht genug weit. So. Huh. Wo ist Checkpoint? Nein! Oh. 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 Letzter Sprung! Ich bin ruhig gefallen vorm Checkpoint. Sebastian. Ich will... Ach! Fick dich! Ich kann sein, ey! Das kann nicht sein! Oh! Ach! Ach Scheiße! Nein! Ich konzentriere mich nicht. Okay, komm. Ich fahr schon auf dem Block. Komm, das erste ist doch so einfach. Ich schau wieder nicht! Ich springe immer... Weil ist ein Block hoch und einen unten und springe das immer so weit. Dann musst du es nicht... Dann bleibst du auf dem Block. Alter! Fick dich! Ganz ehrlich! Ja! Checkpoint! Drei schon! Ich hab... Keine erreicht! So! P bin ich! So! Ey! Das ist nicht... Dein... Fucken Ernst! Oh! Fick! Verdammte Scheiße! Checkpoint 4! 4... Ich hab... Nein! Oh! Oh! Jetzt... 1... 2... Oh! Fuck! Ich hab 3 Diaschwerter! Ich hab... Scheiß... Nix noch! Ach... Die Blö... Lucky Blöcke nicht abgebaut! Welche Lucky Blöcke? Diese... Goldenen Blöcke! Ah! Ne! Die... Das... Das ist doch grad der Szene und Zweck meiner Sache! Die musst du sammeln! Achso! Woher soll ich das wissen? Ich spiel den! Das Ding heißt doch Lucky Race! Okay! Ich hab ihn wieder aufgemacht! Das nehm ich! Das nehm ich! Äh... Ja! Schutz! Beine! Nehm ich das! Gut! Oh Gott! Ey! Ich hab gedacht! Weißt du was wird denn beschiss? Wenn du flickst runter! Hast du alles gesammelt! Und wenn du sammelnst alles! Dann äh... Dann verlierst du diese alle Sachen! Ja! Ich vermute! Äh 5! Ich... Ich... Ich war schon fast da! Ich hab schon zwei riesen Zombies geschworen! Ich hab für dich genug Sachen! Jackpon 6! Jackpon 6! Kein Jackpon 6! Kein Jackpon nimmer! Noch! Kopf verdorri! Noch mal! Null! 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 Fuck! Ich hab mich zu... Zu... Wir sind version! Och Mann! die sind faul sprüge die sind so schwierig ja noch zwei blocke das kann nicht sein noch vier minuten wenn ich zum ersten check point werde ich so glücklich wieso fliege ich die ganze zeit runde ab woher so leicht und einfach ist mal Ah, eh, oh eh. Ouh! Das war's, das ist mir schon. Eh, eh! Wuh, wuh, wuh. Aie! Fuck! Man! Nein! Zu spät! Wie du ausschreibst. Ja, zu viel. Ich habe einen Hund. Wie Hund. Ja, so ein lucky Hund. Nein! Wieso rennst du nicht? Blut ist bei mir. Manche haben extra Tasten. Wie kann man schnell rennen, gell? Ja. Ich muss 2,5 W drucken. Stell es doch um. Du hast es umgestellt, oder? Natürlich. Ich bin nicht fett. Du kannst es gerade vergessen, John One mit Doppel-W. Obwohl, zum Beispiel Rehwi, auf Doppel-W sprintet. Ich glaube, Vater Magislar. Alter, aber das tut weh! Weil mein Kino schon... hn- Ok. Was vorne ging? Nein. Modul 7. Sprinten, 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 wo ist Sprinten? ist diese verdammte sprinten rechts, links, rückwärts, schleichen, springen, sprinten auf welche tasse soll ich nehmen? äh, ich hab strg ok, machen wir so äh, checkpoint alter, da ist ein vierersprung noch mal ein vierersprung nein, mag, halt, dieses fucking, fucking Geräusch ich war fast da ja, ich hasse es ey, ohne scheiße, fucking Geräusch nicht mehr so aggressiv geht ja, kann mir auch schleppen boah, ich hab so gutes Schwert und jetzt? PvP oder was? ja ja ich muss mich verschacken ich muss mich verschacken ich muss mich verschacken ja hast du einen gekillt? ja ich hab noch einen einer ich verliere hundert pro hey, Sebastian ich bin tot bei mir klappt ihr habt Alter wie viel Geld hab ich jetzt schon ich bin ich werde nicht einmal gestorben nicht einmal nicht einmal du hast noch vier Leben ja, das weiß ich hab ich selber gesehen ja, scheiße Alter, wer schraubt mich doch leck mich auf mich im Arsch fett ich bin schon wieder gestorben ich mach nur Käse ah, ich brenne ne, leck mich hey, ich bin tot oder was? ja, du bist grad oder? nein, du hast noch zwei Leben also weil die war so Kupplung ich hab gedacht, ich bin schon dort ich hab noch zwei Leben natürlich ja, toll Alter ohne Schein wo bist du? ne ne er hat mich getötet du was ist das? Arschloch ja, ne ich bin auch dort gleich oh einer stimmt ich hab gewonnen ist das nice ich hab ersten gekillt ich bin ich bin gestorben zum ersten mal fuck ich hab vier Leben und ihr alle habt noch eins ich hab wirklich nochmal unter if ist das was lass es ich bin wo nein das statistics Okay, ich hab den. Ich hab den einen drauf. Juhu! Ich will er zu 3! Komm mal! Wo ist der? Komm mal, es gibt dir Sachen. Nee, ich... Alter, ich bin tot. Ich töte ihn, ich töte. Oh, jetzt ist Finale. Ich? Ja. Du gehst so locker. Jawohl! Ich habe... 15 Kills. Sebastian. Abad. 15 Kills. Also Leute, ich würde sagen, das war's für den Lukas... Wie heißt nochmal? Ich weiß. Keine Ahnung. Also tschau. Tschau. Ich weiß nicht. Peg completes... ... ... ... Vielen Dank.